Nimmst du ein Bier? Du fährst nicht, oder? Nein, aber du weißt doch, ich trinke immer nur Rotwein. Ja, natürlich. Liest du den Spiegel? Ja, manchmal. Warum? Das steht heute auf der Titelseite. Rotwein ist gesund. Siehst du? Das sage ich immer. Sicher? Also nimmst du ein Glas? Ja, gern. Aber gib mir nur einen Schluck. Das ist genug. Isst du hier? Ich koche Spaghetti. Nein, danke. Meine Tochter Petra hat heute Geburtstag. Und wir gehen alle ins Kino. Was läuft denn? Schreck 4. Ich sehe die Schreckfilme immer sehr gerne. Ja, vielleicht kommen wir auch. Ich frage Talia und Hans. Sie sind noch beim Fußballtraining. Also Prost. Auf deine Petra. Prost.